Grüß euch die Marlons, Servus die Buuren, es geht weiter mit Red Dead Redemption 2. So ein neuer Tag ist angebrochen und wir treffen uns jetzt mit John Marston. Jetzt werden wir den Überfall machen, den Wagen habe ich hier schon hinterlegt, gestohlen und jetzt werden wir uns mit John Marston treffen. Was ist John Marston? Was ist John Marston? Ah, shut up, Arthur. Ja, dein Job startin' die Facts. Ich bin nicht gewinnen. Ich kann es nicht, Arthur. Ich bin nur gut in der Hormung. Ich kann es sehen. Außerdem, was du interessiert, Englischmann? Du hast keine Zeit für mich. Ich versuche dich zu finden, aber dann bist du mit anderen Leuten fertig. Und dein Junge Shaw nicht in den Lachen. Ich glaube, ich will nicht getroffen werden. Das ist alles. Ja, du bist wirklich lustig, Arthur Morgan. Wirklich lustig. Calm down. Du solltest du mit deinen Augen öffnen. Ja, du solltest du mit deinen Kopf öffnen. Und wenn du dich nicht bemerkst, Junge. Ich liebe dich, Arthur Morgan. Ich liebe dich. Komm, mach einen Schuss. Komm, mach deinen Schuss, bitte. Du solltest du mit deinen Schuss gehen. Schuss? Keine Kaui mit mir, Junge. Es ist unbekommen. Das blöde Train, du und ihn hast gelegt. Was du hier machst, du brauchst, du brauchst, du brauchst, du brauchst. Oh, das. Also, Marston sagte dir, es ist nicht so großartig. Ich bin sicher, ich brauche Kraft. Wenn ich dich auswählen, dann könnte ich mich mit dir bringen. Ich vergleiche mich mit dem Öl, du warst wieder. Und du bist ein totes Mann. Das stimmt. Alles klar, Arthur, was ist dein Problem mit mir? In der Fall, nicht erzählen mir. Ich weiß bereits, dass du mich verletzt hast. Verletzt hast du? Ich habe eine Wichtbarkeit, das Intimidiert dich. Es ist eine Geschichte wie alt als die Hühner. Die Veränderung der Garde, die Faden der Licht, du bist ein Mann. Okay, und wo bist du? Ich bin der Zukunft, in all its glory. Ja, gut, Glück. Gut, und schau dich. Ich will ein bisschen resten, bevor die Nachtfälle. Ach so, Nachtfälle, okay. All right, dann. Charles? Ich bin bereit. Gentlemen! Let's go earn some money. Hey! All the horses untethered? They so. Good. They should follow along behind us. Find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's... ...remote, ...but still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks, they'll stop somewhere. Uh oh! There we go. Apparently, Wolfman picks up a new team of guards to stay blind, so... ...shouldn't be too much of the way of guns to deal with. See? This is what I mean. I disappear for a couple of weeks, and you cut me out of all the action. Just the action that requires a break. Ha ha ha! Oh, you're the funny fella, John Marsden. They're my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick. I'm fondling that new scar, like you're gonna buy a breakfast in the morning. You don't know what you're talking about. They're left here, towards roads. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's... ...excessing. Also, I've still got some blood in my veins. You old bastards have forgotten how to live. I'm buying you two for rescuing them. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah. Takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean McGuire. Go easy on them horses, will ya? So, look what I was talking about. And look at me now. In the gunner's sea. Back in business, boys. You know, my dad always used to say... Not the dad, please. Not this again. Fine. Damn you three. Sulky, angry, scarface. A right barrel of laughs. Yep. So, we've blocked the tracks with the wagon then jumping. That's the plan. Pretty much. Charles, you deal with the engineer. Yeah, that's fine. That's fine. You have to go out the wagon then over the door. Remember, these are innocent folks. If you're doing this right, nobody needs to die here. There you are. So, this is another way to go. Mr. Marston. Mr. Smith. Mr. McGuire. Ha! Get over there. When she's slow, Mr. McGuire. And you? I'm gonna make sure she's slow. Mr. McGuire. Let's do a day with you. I like it. Get moving. Mr. McGuire. Oh no. It's not up here. Oh there. I's going to bring it back here. And I'm going to bring it back here. You know, it's not even up here. There you go, I'm going to bring it up. Und? Mit der Kurven der Sichter, den er noch mal war, sollte der bremsen. Was? Der kann bremsen? Nimm Leben. All right, get on that train! Faster. All y'all, Captain. Go on ahead. Everybody stay calm and stay where you get shot. Go! Everything you got. Money, valuable. There you go. Let's make this quick, people, come on! We ain't leaving until this bag is full! My mobile, Matt, no! Don't do it! I don't want to do it! I ain't got nothing. Would you have had a little chat with Romeo and Juliet here? No. What's the problem here? No. I'll get you. You know what these two, will you, Mr. Ample? I don't need to do it. What the fuck? I don't need to do it! I don't need to do it! In the bag, everything you got. Keep coming, don't be shot. I don't need to do it! People like you make me sick! I want them to do it! What do you think we're playing games? What do you think we're playing games? What do you think we're playing games? I want to count for three. We're dying over. Tell them Mr. Ip! We're dying over. Just joking! The other thing that has blown them? We're not going down. Are not going down. I don't know what the other thing should skook is more? Must be more… Just whereas, the dude, there is amazing! All right, I жеuderte with gravity! Excuse me! And you guys? Und in die Kurschen. Geht ja, gib auf. Und du? Also, gib her das Geld. Kohle. Was? Was war da? Das ist jetzt nicht mitgelegt. Da oben ist eh weiter. Boah, das war jetzt. Mega Reaktion. Geht ja, komm her. Geht ja, nachladen. Schranktuch suchen. Nehmen. Sehr gut, 14 Dollar. Warte, das ist noch was. Moment. Geht ja, nachladen. Das ist noch was. Warte. Ja. Das ist noch gut. Okay. Geht ja, nachladen. Passt. Da ist aber... Da ist aber noch was, oder? Ah, da oben. Nicht da oben. Scheiße. Ich bin noch nicht fertig, mein Looten. Scheißdreck. Ich habe meine große Klappe. Ich habe meine große Klappe. Ich habe meine große Klappe. Na komm. Da oben. Ah. Da oben. 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 Ah, was soll ich denn da noch? Bambäckchen. Genau, die oben. Oh, von der anderen Seite. Wie kommen wir da? Da oben. Oh, von der anderen Seite. Dichtgung. Ja. Von der anderen Seite. Von der andere Seite. Ich bin da vorne. Von der anderen Seite. Ja. Na komm. Wir sind da vorne. Ich bin nicht. Jetzt haben wir ihn. Ja. Boah, da war viel zu looten. Aber wir müssen nachhauen. Hoppala. Nein, nein, das will ich nicht. Komm, komm, wo ist mein Pferd? Geht schon, komm. Ab durch die Mitte. Wo reiten wir denn da? Gut. Ab durch die Mitte. Einfach weg, Burschen. Und nicht gegen einen Baum reiten. Ist mir schon oft genug passiert. Geht schon, haut es einfach an. Wir haben einen Rattenschwanz hinter uns. Komm, 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 das Burschen. Wir sind doch da so langsam da hinten. So, jetzt kommen wir, jetzt entkommen wir. Dauert nicht mehr lang. Oh, da sind wir wieder weg, 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 weg. Ah, scheiße, jetzt sind wir wieder voll gesund. Bist du, bist du deppert. Der Überfall hat sich vorhin nicht ausgezahlt. Der da hinten, der wird wahrscheinlich sterben, der Nachbiziger. Boah, da sind die He-Toads. Boah, da sind die He-Toads. Boah, da sind die He-Toads. Nah, nicht schlecht. Oh, ho, ho. Ho, ho, ho. We can see what they call you the professionals in the office. Shut up. We made some money. Now what did I get? Got to be a hundred dollars here. Very nice. Was nicht bei Engelam. Das ist ein Problem, genug für uns rauszukommen. War das ein Setup? Die Veranstaltungen sehr schnell. Ich weiß nicht. Ich denke nicht so. Ich beginne mich nervös. Ich denke, dass sie uns von Blackwater folgen haben? Vielleicht. Sie haben mich bereits nach Horsshoe gefunden, aber ich denke, dass diese Veranstaltungen nur Leute sind. Ich hoffe so. Ich gehe in Valentine's. Ich hoffe, dass ich da etwas angefangen habe. Das ist gut. Insofern, wir sollten alle alleine gehen. Du kennst das. Wenn du folgst. Natürlich nicht, Boss. Sehr schön. Hat sich eh ein bisschen gelandet. So. Töte alle Zugwachen bevor Sam. Sehen. Jean. Oder was. Einen Schuss abgibt. Bründere den Gepäckswagen. Vorstellig wollte ich ja. Wenn dann schon die Katze ihn angefangen hat. Ja. Entkommen. Eine Minute dreißig. Töte zehn Gegner mit Dead Eye. Gut. Ja. Wurscht. Wir haben es geschafft. Das war wichtig. Gut. Wie viel Kopfgeld haben wir? 50 Dollar. Okay. 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 Gut. Wie viel Kopfgeld haben wir? Wir kommen zurück ins Lager. Und in der Zwischenzeit verabschiede ich mich auf dem Weg ins Lager und sage Goodbye. Und ich hoffe ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu. Wenn es heißt Red Dead Redemption 2. Also. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Dad. Ich bin raus. Tschüss. Jangan lager des Zenskipers. schau. Schau. Achts. Schau. 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 Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Vielen Dank.